Aaron Paul, Schauspieler ändert des Sohns Aaron Paul, 43, hat den Namen seines acht Monate alten Sohnes offiziell ändern lassen. Der Kleine heißt nun nicht mehr Kaspar Emerson Paul, sondern Rüden Kaspian Paul. Die Dokumente für die Namensänderung hatte der Brea King Bad Star offenbar im November eingereicht. Laut TMZ sind sie nun angeblich offiziell genehmigt worden. Mit Rüden Kaspian Paul hatte der Schauspieler seinen Sohn auch schon im April in der City Night Show mit Jimmy Fallon, 48, vorgestellt. Warum sich die Eltern im Nachhinein noch umentschieden haben, oder die Geburtsurkunde einen anderen Namen trägt, ist nicht bekannt. Der aktuelle Name ist allerdings inspiriert vom Lieblingskünstler des Paares, Mark Rüden. Wie Pauls Frau Lauren, 36, auf Instagram zu einem Bild des kleinen Babys im April mitteilte. Allerdings ist es nicht die einzige Namensänderung im Hause Paul, der Schauspieler hat seinen bürgerlichen Nachnamen Sturteband, für seinen Künstlernamen Paul eingetauscht. Auch seine Frau Lauren heißt nun Paul mit Nachnamen. Aaron und Lauren Paul sind seit 2013 verheiratet und haben neben Sohn Rüden Kaspian noch die vierjährige Tochter Stori Annabelle.